Hallo, mein Name ist Dominik Späte. Ich bin seit rund 20 Jahren Webentwickler und seit 2017 vor allen Dingen mit Gambio Modulen beschäftigt. Wenn Sie einen Online-Shop auf Basis von Gambio GX3 oder besser GX4 betreiben und diesen mit sinnvollen Erweiterungen richtig voranbringen möchten, ist mein Kanal genau das Richtige für Sie.